Diese Folge wird gesponsert von KinoKäsesoße.de. Für großartige Soßen, passende Snacks und tolle Rabattcodes schaut dringend mal in die Videobeschreibung. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Shadowlands PvP. Mein Vogel hat so ein paar Probleme an Ort und Stelle zu bleiben, oder? Mensch, breite doch die Flügel aus. Nein, okay, Bird Rassil, Leute, ist irgendwie dabei, mit sich selbst zu kämpfen. Wir wollen allerdings der Ali eins mitgeben. Schön Horde gegen Allianz, na aber der Klassiker. Und dazu sind wir heute an die brodelnde Küste geflogen und wollen uns hier jetzt mit unseren Kollegen einmal runterstürzen. Der Kampf um Arzeritsplitter, der soll heute im Vordergrund stehen. Wir sind als Tierherrschaftsjäger mit dabei und ich glaube, wir landen ruhig da, wo alle anderen auch landen. Denn der BM, der ist jetzt nicht mein Übermain, mein bester Chao. Und ganz alleine werden wir höchstwahrscheinlich recht wenig reißen können. Und hier ist ein Schorke in der Nähe. Dolch im Dunkeln, steckt langsam hoch. Ich weiß nicht, ob wir den aufdecken können. Wir können es probieren, so auf gut Glück. Aber der hält doch jetzt nicht wirklich alle hier in Schach, oder? Das ist doch nicht ein Schorke, der jetzt vier Leute von uns in Schach hält. Nein. Nein, da kommt das Blenden. Aber uns hat er zu spät bekommen. Haha, Erfolg Easter. Und wir können uns verteilen. Ja, da müssen dann alle irgendwie mitmachen. Ja, kack, egal, ob wir den Tod bekommen oder nicht. Aber kann nicht sein, dass ein Schorke vier, fünf Leute aufhält, Freunde. Das können wir so nicht mitmachen. Dann oben könnten wir hin, darin unsere Dudus. Dann gehen wir bei denen mit, würde ich sagen. Kätzchen in Verstohlenheit. Haben wir neulich auch in meiner PvP-Playlist bewundern können. Katzen-Dudu. Ja, wenn die richtig engagen. Am besten noch Bersibab, Tigerfurore dabei. Dann ist da auch ruckzuck Feierabend. Da drüben wird gefeiert. Können wir den KS? Ne, leider nicht. Da waren sie zu schnell, die Kollegen. Und wir sind auf jeden Fall gut gesammelt. Problem ist, wir sind vielleicht zu gut gesammelt. Unser Heiler, der kommt da jetzt runter mit dem Gleiter. Der macht einen sehr guten Job. Ich glaube, das hier oben ist safe. Wir warten noch den kleinen Moment. Nicht, dass jetzt auch wieder ein Schorke aus den Schatten springt. Aber eigentlich sind die zu zweit. Dann stürzen wir uns lieber da unten mit in den Fight. Können vielleicht so ein bisschen die... Oh, das sind zu viele. Oh, ne, da wollen wir gar nicht mitfalten. Ach du Scheiße. Ne, das können wir aber komplett vergessen. Ich wollte gerade sagen, den Dudu nehmen wir ins Visier. Weil zwar Konvokationen schön kicken können. Und hier oben kommt direkt das nächste, wo wir eben abgebaut haben. Oder was? Ach Leute, das ist aber nicht cool. Das ist gar nicht cool. Vorhin ist wieder TBC Beta gespielt. Erstmal drauf klarkommen, dass wir Fallen schleudern können. Dennoch liegen wir mit dem Doppelten an Punkten vorn. Das kann sich aber sehr schnell verschieben. Wenn sich diese Masse von Alice jetzt halbwegs brauchbar verteilt. Oder hier einfach angeritten kommt über den Hügel. Dann ist hier auch sehr schnell wieder Feierabend. Und leider konnten wir jetzt auch noch nicht viel bei dem Vorkommen irgendwie reißen. Wir zimmern schön die Kobra-Schüsse mit rein. Aber den Heiler alleine, den werden wir definitiv nicht bekommen. Ich kann jetzt mal versuchen, Paktfähigkeit mit runterzusetzen. Boah, da kommt ein Schorke und der trommelt ja erst Schaden. Ach du Scheiße, ja das war's. Der wird mich jetzt zerlegen. Oder kriege ich noch einen Aspekt der Schildkröte raus? Come on. Ah, ja, gerade so. Oh, wir sind noch im Game, Leute. Wir sind noch im Game. Jetzt können wir zwar auch bloß nicht mehr allzu viel machen. Vielleicht noch einen Basilisten beschwören. Der Heiler ist aber auch schon am heiligen Pinesbam. Junge, der hat hier gar keine Probleme. Und da ist wieder der Schorke. Und mehr habe ich jetzt auch nicht. Irgendeinen Heiltrank oder so. Würde hier halt auch nichts mehr bringen. Die haben uns einfach rasiert. Brinnensekunden. Genau, nicht binnen, sondern brinnen. Da haben wir keine Chance. Ja, da müssen wir uns sofort sammeln. Da müssen wir sagen, okay, auch wenn wir hier die gierlosen Stinkelbiber von nebenan sind, fokussen wir jetzt den Heiler. Ziehen alles, was wir haben. Rassen aus und brezeln den zu dritt, zu viert mit Stunts und Kicks aus dem Leben. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann werden wir längere Fights auf jeden Fall verlieren. Vor allem, wenn dann Schorken dabei sind. Ja, schön Täuschung. Schön Engage aus Verstuhlnheit. Stunnen und sonst was. Und Blutungen. Boah, das ist komplett Endstation. Wie sieht's da unten aus? Da liegt eine Weihe. Ist das unsere? Frage für einen Freund. Ne, das ist hier Yelpala. Problem ist, ich glaube, ich bin so bad mit dem BM. Ich verliere auch gegen den Yelpala. Und wo sind meine Pets eigentlich, Leute? Frage für einen guten Freund. Wo sind meine Pets? Ach, da kommen sie. Ja, eine halbe Stunde später. Warum denn nicht? Vorne wird schön auf den Heiler gegangen und der Dudu wird seine Konvokation vorbereiten. Das Ding ist, ein Freecast und der Dudu, der wird uns einfach ganz nebenbei zerlegen. Guck mal, wie der hier rumläuft und nur irgendwie Taifun. Und da kommt sie doch, die Konvokation. Ja, und die kick ich dir schön, du Stinkelbiber. Jetzt ist nämlich der Hexer mit dabei. Und wenn der Heiler gut beschäftigt ist, dann können wir dich jetzt mit einem tödlichen Schuss aus dem Leben brettern. Ja, Hallöchen. Das lief doch sehr, sehr gut. Oh, shit, der Heiler. Der Heiler. Oh, Chaosblitz vom Hexer, junge Feierabend. Wir kriegen zwar keine Kills, ja. Aber ganz ehrlich, damit müssen wir jetzt sowas von leben. Weil die anderen machen einen verdammt guten Job. Ja, und wenn wir dann herhalten irgendwie als Schlachtlamm und die gönnen sich dann mit 700 Millionen Chaosblitz, kritzen hier die Kills und uns im Endeffekt den Sieg, dann ist das okay. Dann können wir sehen, wie vielschichtig und vielseitig der WM doch ist, ne. Mal bist du ein halber Tank, mal bist du Mr. Mobility, mal Mrs. Deaths Idee, ja. Und nicht nur dein Geschlecht wechselst du, sondern auch deine Eigenheit und deine Eigenart gleichermaßen. Ich plante gleich mal noch so ein paar Fallen für die Lulz, weil hier bestimmt wieder irgendwas Verstohlenes unterwegs ist. Da kommt ein Mage, aber ist ja auch schnell genug. Ja, damn. Damn, der hat uns beide tatsächlich bekommen. Feuermagier, schade. Aber möglicherweise rechnet er nicht mit dem tödlichen Schuss. 300 Barrieren direkt in die Phrase, Junge, gibt's noch nicht jetzt. Aber kommt hinterher. Ja, da ist er schön mit reingebrettert und jetzt noch den Wildsam zerhauen, Leute. Sonst haben wir auch nichts gekonnt. Da rennt eine Kittycat, das ist wieder die Eule. Da müssen wir auf jeden Fall doller aufpassen, falls zwar die Konvokation gleich wieder angeht. Aber der ist ja auch sowas von schnell umgefallen, ey. Wer ist denn der Typ, der hier den Überschaden donnert? Was soll der Hexer für einen GS-223? Bei dem Kollegen werden wir bleiben, Leute. Dem gebe ich gerne alle Kills. Für den verlangsame ich und kicke alles irgendwie. Und er muss dann einfach nur kaputt hauen, ne. So wollen wir es sagen. Der kriegt auch noch einen Stun hinterher. Oder besser gesagt, einen schönen Slow. Und dann, ja, guck mal, mit der Kittycat am Arsch. Zack, tödlicher Schuss zwischen die Augen. Da hat er sich nochmal geheilt. Oder bekommt der Heilung von dem Pally da hinten? Ne, der ist doch zu weit weg, wollte ich meinen. Da rennt da doch, der Verbrecher. What? Wait. War das nicht gerade ein Heilig-Paladin? Haha, heilig. Mit 100% Leben? Und der wurde weggeschottet? Bruder, was bist du? Was bist du für eine Maschine? Alter. Der muss ja aber alles procken, oder? Noch am besten irgendein Schmuckstück dazu und so. Das ist ja Wahnsinn. Pass auf, hier der Heiler. Ja, gut, der wird jetzt abbauen, der Kollege, ne. Wir können dann versuchen, hier jetzt sieben Stunden lang an dem irgendwie rumzutüfteln. Hier, ich hole mal den Basilisten dazu. Paktfähigkeit mit drunter. So, aber mal das Beste hoffen. Noch eine Slowfalle mit rein. Und da castet er unser Hexer. Guck mal. Guck mal, der castet jetzt. Der bereitet vor, wie er droppt. Oh mein Gott, wie er droppt. Da kommt der Chaosblitz. Ich bin ja eigentlich nur am tödlichen Schuss dran. Hoffentlich gleich setzen zu können. Aber, ah, so richtig, so richtig will der noch nicht. Nee, so richtig will der wirklich überhaupt nicht, Junge. Der toppt sich immer wieder. Der hat keinen Bock auf die Execute-Phase. Schade, da hätte ich mal ein bisschen mehr Tötungsbefehl durchtrommeln sollen. Aber jetzt unser Hexi. Wenn er aus dem Stun rauskommt, bin ich zuversichtlich. Hau ihm auch mal eine Eiskältefalle damit hin. Für den Fall, dass der Schorke nochmal kommen. Die Frage ist jetzt nur, wird unser Hexer einfach abhauen, weil es irgendwo anders sinniger ist zu kämpfen? Oder wird er mit den Heiler penetrieren wollen? Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Heiler echt immer noch lebt. Der ist gut. Ich habe mich schon gewundert, warum der in uns reinspringt. So wie wir hier stehen als Masse von Hordlern. Aber jetzt weiß ich es nur, dauerhaft verarschen lasse ich mich auch nicht, wie der Schorken-Kollege da. Da steht er, ne? In der Position, wo der Hexi vorhin war. Dann kämpfen wir hier vorne mit. Das erscheint mir ein bisschen sinniger, ein bisschen klüger. Pads wieder aufhelfen. Und Abfahrt, da ist auch der Holy Pally. Der hat jetzt auch richtig Bock. Und die wissen, dass unsere Hexer eine Gefahr ist, ne? Gleich mal mit Einschüchterung ran. Oben die Konvokation kicken wir. Da habe ich ein Auge auf dich, mein Lieber. Oh, der ist jetzt auch sauer. Der ist piss. Wie oft wir dem jetzt die Konvokation versaut haben. Nur deswegen spielt man ja Druide. Nur damit macht man auch Schaden als Druide. Junge, und immer wenn ich den tödlichen Schuss ballern will, dann kommt der Global Cooldown. Und in dieser Millisekunde toppen die sich einfach wieder. Es ist unglaublich. Aber guckt mal hier. Holy Pally zerlegt. Wunderbar. Was ist hier noch irgendwie am Rumwuseln? Anderer Hunter gehen wir auch mit dran. Hier, Cobra-Shots. Bisschen Aspekt der Wildnis mit rein. Wieso denn nicht? Noch einen hier. Komm, Doppel-Dot gibt es zwar nicht. Aber wir erhöhen ja unseren Fokus-Rack immer und immer wieder. Die Spei-Cobra ist auch unterwegs. Wieder getoppt. Der Junge, tödlicher Schuss. Kam aber mal durch für die Lulz. Und der da vorne, der hat auch erst recht, jetzt komm, zack, Feierabend, nicht mal Autoshot durchbekommen. Ey, also, ich weiß nicht, was mit unseren Leuten hier los ist. Ich hab echt nicht einen Kill bekommen, Leute. Ich hab nicht einen Kill. Und ich finde, ich mach echt einen Job, der ist okay, oder? Mit unseren Fallen und wie wir die Mates protecten und so. Ich finde, das ist echt in Ordnung. Aber, Mann, gönnt doch auch mal wenigstens einen. Come on, den Schorken. Ne, der haut auch ab bis sonst wohin. Kann ich vielleicht mit einer Einschüchterung noch hinterher? Aber haut der auch ab, ne? Mante, der Schattendolchfächer. Ja, ja, hier unten schon wieder tausend Leute dran. Meine Pets sonst so im Nirwana unterwegs, ne? Das kannst du komplett knicken hier. Meine Fresse, Paktfähigkeit. Komm, Basilis mit drunter. So, jawohl. Der Einzige, der stirbt, bin ich hier, oder was? Jetzt, ah, wieder tödlichen Schuss nicht gegönnt. Das kann doch nicht sein, Alter. Dieser Holy-Verbrecher, das gibt's doch einfach nicht. Und Chaosblitz hat ihn gerichtet, Freunde. Ich werd hier wahnsinnig. Ich will doch nur einen Kill haben. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass sie immer in dem Moment auch mit ihren Überfähigkeiten wegschotten. Und das war Totstellen, du Ratte. Das war jetzt. Komm mal, ja, da war er, oder? Da war er. Ja, Freunde, wir sind ja löst. Ich gönne unseren Mitspielern ja alles, ja. Weil die machen definitiv den Schaden hier. Können wir uns das mal angucken? Naja, gut. Gut, also wir sind schon im oberen Feld dabei, ne? So oberes Mittelfeld. Aber, ja, wir sind hier nicht der ausschlaggebende Faktor. Wir sind so der kleine Hunter, der so ein bisschen mit rumpimmelt, ne? Und dann zwar hier, Zorn des Wildchers, Eyebeam, krieg ich nicht mal gekickt, weil die anderen einfach wach sind. Dann können wir den Stun. Und in dem Moment, in dem Moment, wo ich Global Cooldown vom Stun habe, natzen die dem einfach 50% Leben weg. Als wäre es nicht, und ich schaffe nicht mal den tödlichen Schuss, Leute. Es ist der Global Cooldown, der mich wirklich Cockblockt, ja? Wenn der Global Cooldown Vampir wäre, dann wäre es Graf Cockblockula. Und das ist wirklich belastend, muss ich sagen. Also das, das tangiert mich schon mehr als nur peripher, muss ich zugeben. Da ist der Holy wieder dabei. Können wir hier noch irgendwas snacken? Ne, ich darf auch nicht zu mutig sein, sonst kriege ich jetzt noch einen Tod oder so. Ich hoffe, unsere Leute da hinten kriegen das Abgebaute. Können wir hier noch ein bisschen auf den Sack gehen und hoffen, ja, dass das ein Win ist, ey. Unglaublich mystische Runde einfach. Unglaublich mystisch. Wo ist unser Hexer, Leute? Wo ist unser Hexer? Da ist er, acht Kills, ey, der war heftig. Rippier Frostwolf, ja, geiler Typ. Aber auch unsere Heiler, unsere Shadows, ja, oder unser Einer-Shadow, whatever. Da haben echt alle einen guten Job gemacht. Also in dem BG habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, ja? Und wir hatten auch so kleine Gruppen, die sich dann super untereinander wortlos abgesprochen haben. Und das war einfach eine geile Runde, Leute. Davon echt gerne mehr. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, haus.